Will, wo ist mein Stück? Vor einem Monat sollte ich an Henslow liefern, aber da kommt nichts. Ich weiß nicht, was es ist. Mein Talent ist verschwunden. Mein Kiel ist zerbrochen. Habt ihr einen Romeo gesehen? Und sie, Master Kent, sollen Romeo Montagu spielen? Einen jungen Edelmann aus Verona! Das ist ein Dolch! Seid ihr mein Schauspieler oder meine Muße? Beides bin ich und keines sollt ich sein. Emil Kiel ist zerbrochen. grote Verzeuge Musik Untertitelung. BR 2018